hallo und herzlich willkommen hier zu weitermachen wir hier bei der neunsten wirklichen marsch version 2.6 ja es geht zum lidl und wir verkaufen unser bier und zwar fassweise das steht an großer kaufen und noch die bier ernte und nebenbei der erst was bringen auf feld nummer 49 und zack schau mal alles weg geht das sieht so aus ja nicht ganz schon die hinteren werden nicht verkauft das ganze problem doch warum müssen nach vorne na doch ich dachte erst nicht aber gut sagt so schau mal die armen nehmen wir eine karte rein fahrer fahrer und wo die abfahrer einer store im graben schon wieder bahn die bahn eier schule so der nächste muss der der erst am ziel zumindest ist und so so das läuft die grasende läuft auch mit gemäht der steht an der rücke das ist ja mal kurz das ist ja mal kurz und muss außerhalb des bereichs gehen und ranzoomen und zwar diesen einen punkt darüber ob er beim nächsten mal nicht wieder hängen bleibt das ist ja nicht so gut das soll doch mal allein laufen unterbrechen will ich auch nicht dann hat er irgendwo hier den Fahnen verloren ist ja schlecht so, ok, der fährt läuft wieder was genau läuft verkehrt hier gut, problem gelöst das erste dann muss ich gucken, wo war ich stehen geblieben Edeka Bier ist weg LKW auch wo war ich stehen geblieben in LKW warum will er nach links oder sie oder sie Zeit mir ausgeklickt. Ja, das geht auch. So, wo ist mein LKW? Becker. Gut, da wirst du fast fertig, aber wie gesagt, da könnte auch der 44, da haben wir schon fertig. So. Der könnte übrigens auf der 54 kalken. Also ich finde aktuell den LKW nicht. Der ist irgendwo stehen geblieben, aber dann finde ich schon. Bei Gelegenheit. Oh, oh. Ein ganz wilder Fahrer. Aber ich stelle mal so fest, kleine Felder sind ja nicht lustig, ne? Die halten auf. Also das läuft nicht rund. So. Vollgas. Am Kalk dort sich liegen, ne? Plan Kalk 2, das ist nur egal, wohin fährt. Wir müssen nur halt Kalk 54 kalkieren, ne? Ich glaube, der hat nie eingeklickt hinten. Ich glaube nicht nur, ich weiß es. Was ist hier los? Ein Kabeltrauber liegt hier rum. Ist hier im Bau. Haben die nichts zu tun, das sind ja nicht arbeiten. Ja, hier wollte ich noch einiges bauen. Weberei in Zukunft. Also was, ne? Aber Pläne sind da, aber zu wenig Geld halt, ne? Und vor allem keine Zeit, um die Waren zu verkaufen. Das kommt dann auch hinzu. Das muss ich nicht mehr im Winter machen, wenn Zeit ist. Das ist ja leider so. Zur Zeit ist irgendwie die Zeit, äh, gar nicht da. Ah, hier unser Gärest-Fahrer. Dann müsste die Gärest auch alle sein, ne? Dann wir näher den nächsten, äh, Feld 4, äh, Angriff nehmen und von einer anderen BGH fahren, ne? Oh, 11.000, fast 12.000. Naja, das ist ja auch so, ne? Abfahrer sind dran, äh, die Kursbrich-Fahrer. Äh, Kursbrich und Outreif. Das ist heftig, ne? Fahrrad nicht gleich, ja? Hahaha. So. Auch im Acker. Mal ganz kurz das korrigieren. Und zwar oben, äh, Feld 54. Dann, äh, Kursgenerierung. Kursgenerierung. Vorgewende 2. 20 Meter. Das packte. Oder 21. Beladen Kalk im Hof. Kalk 2 ist weit weg. Wird der aktiviert, oder? Äh, äh, äh. Da. Da wird sich verkalkt holen, aber wird nicht arbeiten, der Bruder. Das wäre in dem Fall ungünstig, ne? Wenn er nicht kalken würde. Den anderen müssen wegnehmen, denn von da wieder kommen. Und wieder rauffahren wollen. Ungünstig, wenn er im Wege steht. Ich dachte, ich brauche den für die Sämaschine. Aber durch das Vorarbeiten mit der, mit der Gärreste, habe ich im Grunde die Dünger-Ausbeute etwas, äh, eingespart, ne? Im Grunde könnte man auch mehrfach Gülle geben, aber, in der Theorie, so. Ah, da habe ich Freude. Das macht nichts. Wie gesagt, da müssen wir mit dem Schwaner arbeiten. So. Ich suche mal einen Lkw. Den können wir auch nehmen. Fahrerzeug zum Hof, ne? Da steht hier so, so ein Weg. So. Er fällt ja schon, ne? Nacharbeiten oder sowas? Nö, ne? Wir haben scharf genommen, das müsste nicht passen. Lieber Lahn Kalk. Ne, 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 ne. Wir fahren zurück zum Hof. Wir gehen durch den Kalkarien normalerweise. Ne, die Aussaat ist erstmal fertig. Also Weizen und Gerste. Das sind zwei Felder. Muss selber noch machen, ne? Hopfen kommt. Sonnenblumen. So viele haben wir gar nicht mehr. Die Grasfelder wollte ich, äh, noch, äh, fertig machen mit. Mit Weizen und mit Gerste jeweils, ne? Die großen Felder jedenfalls. Die großen Felder jedenfalls. Aber wir fahren mal zurück zum Hof. Die müssen vorher aufgefüllt werden, repariert werden und so. Dann muss irgendwann mal die Feine versorgt werden und die Kühe. Dann stellen wir hier vorne mal hin. Das passt schon so. Das können wir als große Abschaltfläche machen, ne? Dann müssen wir irgendwie den Boden befestigen. Großen und Ganzen. Das wäre das eine. Das läuft. Den Traktor kommen wir nicht mehr raus. Ja, wo ist der eine Lkw, ne? Gute Frage, ne? Ich war ja... Der ist fertig. Das ist richtig komisch. Der hat ja hier einen Erderträger, aber grün und mehr gelb. So, den nächsten. Empfang nehmen, dauert noch ein bisschen. Das ist ja alles. Das ist ja alles. Oh. Die Gremie ist aber schlecht. Ich stelle dich mal so fest. So. Wo ist der Lkw? Nicht da. Gut, dann bin ich hier gleich fertig. Das machen wir nächste Woche mit den Schwatten. Äh... X zusammenklappen. Rechts hinstellen. Die brauche ich ja wieder für Feldnummer 19. Ja. Irgendwo hab ich da weh. Ging nicht. Geht auch nicht. Dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Nee. Das haben wir nicht da. So, der stand in die Richtung. Wird mal ganz, ganz... Wird mal suchen, ne? Wir haben es weit gebracht. Ich überleg gerade, wo wollte ich hin? Eigentlich wollte ich Flaschenbier verkaufen. Aber... Das ist ein Witz. Zu sehen hat nicht. Müsste zumindest mal 10 zu sehen sein, ne? Das ist ein Witz. Ja. Boah. Ich guck mal, denstalten gewinnen. Tööö. Nee, das kann nicht wahr sein. Ha, ha, ha. Nee. Hab da extra die Emoli-Tropel überhört. Dass es nicht so... oft vorkommt. so nicht perfekt aber das ist problem gut nicht gut bei der damen so weit sind wir nicht gekommen das war nix finde ich nie jetzt war auch gleich könnte sein ja fangen wir zum hof da steigen wir aus haben gerade kalt geholt das soll es auch schon freude gewesen sei gerade zeit überlaufen überschritten morgen geht es weiter und